Einer meiner Mentoren sagte einst, die zweitgrößte Herausforderung, dass ich ein Mensch in diesem Leben stellen kann, besteht darin, eine erfüllende Liebesbeziehung zu führen. Und die größte Herausforderung, so mein damaliger Mentor, bestünde darin, eine Familie zu gründen und ein Kind oder Kinder zu haben. Hey, ich bin Matthias Schwemm, war über 26 Jahre lang als Selbstbewusstseinstrainer im Hauptberuf tätig, ganz ursprünglich aufgrund meiner Urten-Sicherheit als 15-jähriger Jugendlicher. Sehr früh habe ich begonnen, auch jugendlichen Selbstbewusstseinstrainings in die Welt zu bringen, ich schätze vor etwas über 20 Jahren. Kurz darauf war ich der erste Trainer, der erste Coach im deutschen Sprachraum, der kombinierte Eltern-Kind-Selbstbewusstseinstrainings in die Welt gebracht hat. Und jetzt bringe ich erstmals all das zusammen und versuche, das Ganze sozusagen und hoffentlich in deinem Sinn zu krönen, indem ich insbesondere auch für dich da bin, wenn es darum geht, deinen familienbasierten Lebenstraum in deine Welt, in die Welt deiner Liebe, deiner Lieben zu holen. Auch dann, wenn du vielleicht noch Single ohne Beziehungserfahrung bist, auch dann, wenn du vielleicht ein sehr frustrierter Single bist, auch dann, wenn du im Moment vielleicht in einer problematischen Beziehung feststeckst, auch dann, wenn in der Familie, in deiner Familie im Moment vielleicht Chaos herrscht. Und im Verlauf dieser über 26 Jahren, die ich eben im Hauptberuf tätig bin, im genannten Sinn, habe ich viele, viele Jahre lang Fortbildungen belegt, in einem hohen Maß auf der Basis von Selbsterfahrung. Ich habe Psychologie studiert. Ich habe kaum einen Stein nicht testweise umgedreht. Und ich habe im Verlauf dieser über 26 Jahren, in denen ich primär mit Menschen vor Ort in Kleingruppen, Intensivworkshops von Angesicht zu Angesicht gearbeitet habe, alles Mögliche, was mir begegnet ist, ausprobiert, ausgetestet. Schätze, dass ich über 99 Prozent der Dinge, die ich mit Menschen vor Ort ausprobiert, getestet habe, wieder verworfen habe. Aber dieses restliche Prozent, das habe ich weiterentwickelt. Ich habe mittlerweile zwei sportliche Weltrekorde begleiten dürfen, wobei das würde ich eher als mein, ja in Anführungszeichen, professionelles Hobby bezeichnen. Und seit Jahren spüre ich etwas in meinem Leben, in meinem Lebenswerk fehlte noch. Und aus Sicht der Biologie ist, glaube ich, das Wertvollste, da drin zu sehen, wenn man sein Leben weitergibt, wenn man sein Leben weitergeben darf, an sein Kind, an seine Kinder. Und insbesondere auch aus der Erfahrung als mehrfacher Vater heraus, weiß ich, man kann unendlich viel falsch machen. Die Welt ist voller Falschwissen, voller Halbwissen, voller Pseudo-Experten. Und die Frage ist oft, woran sollte man sich orientieren, was wirkt wirklich, was dient wirklich. Und wenn du möchtest, dann kann ich dich als Single ohne Beziehungserfahrung, als frustrierter Sängel, als vielleicht und hoffentlich bereits Lebender, vielleicht als Familienmensch mit eigenem Kind, mit eigenen Kindern, auf die Weise begleiten, inspirieren, insbesondere dich darin unterstützen, deine tiefen Bremsen zu lösen, deine energetischen Wurzeln zu heilen und deinen familienbasierten Lebenstraum mit dir, mit deinen Lieben, auf die für dich, auf die für euch passende Weise herausstellen. Wenn du magst, dann trag dich jetzt ein www.gehirngold.de Darüber wirst du zu meinem Podcast kommen, dessen Pilot-Episode das ist, was du soeben siehst, was du soeben hörst. Du wirst meinen Newsletter von Anfang an bekommen können und du wirst all die Dinge auf deine Weise, auf die von dir gewünschte Weise, ja erleben können, die dir, die deinen Lieben dienen. Ich freue mich sehr darauf, auf das Abenteuer meines Lebens, auf das Abenteuer deines Lebens, auf das Abenteuer eures Lebens, auf das Abenteuer unseres Lebens. Wie gesagt, aus meiner Sicht, und ich glaube, das ist die Sicht der Biologie, ist das Wertvollste, ist das Erfolgreichste, was ein Mensch tun kann, sein Leben weiterzureichen, an ein Kind, vielleicht an mehrere Kinder und damit das in euer, in unser aller Sinn vielleicht und hoffentlich auf eine besonders dienliche Weise geschehen kann, versuche ich dich dabei zu begleiten, zu inspirieren, zu unterstützen, zu motivieren und dich bei wesentlichen Stationen deines Lebens, wenn du das magst, zu unterstützen und, wie gesagt, trag dich jetzt ein auf gehirngold.de für das Abenteuer deines, für das Abenteuer eures Lebens. Ich bin Matthias Schwemm und ab sofort konzentriere ich mich auf deinen familienbasierten Lebenstraum. In diesem Sinn, bis dahin, ciao. Ich bin Matthias Schwemm und ab sofort konzentriere ich mich auf deinen Beideuer. Ich bin Matthias Schwemm und ab sofort konzentriere ich mich auf die Beideuerung. Ich bin Matthias Schwemm und ab sofort konzentriere ich mich